Wenn es darum geht, altes oder beschädigtes Filmmaterial zu digitalisieren, reinigen und restaurieren wir – per Hand. Scannen trocken oder nass – mit der Flüssigkeit Perchlorethylen – um Schrammen zu vermeiden. In einer Auflösung bis zu 4,5K. Gleichen wir Farb- und Helligkeitsschwankungen an. Und entfernen digital Schmutz, Klebestellenruckler, Verzeichnungen, Filmeinrisse und stabilisieren unruhige Bildstände. Für Sie geben wir unser Bestes und verhelfen Ihren Filmschätzen zu neuem Glanz. Postproduction.de Verzeichnungen 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 Verzeichnungen